Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage, Höhle der Bestie, wir müssen mit Ali sprechen und der Kollege steht oben auf dem Dach und hält natürlich vorbildlich, wie er ist, in alle Richtungen hin ausschauen, ne? So, los geht's, gucken wir mal, was er zu sagen hat. Gelug, überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Stadthalter. Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Stadthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Stadthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen, außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Stadthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Scherpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Besshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst. Du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast. Nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar. Umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Besshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Okay. Als allererstes mal gut, dass meine rote Scherpe blau ist. Gut. Dann schauen wir mal. Ich würde fest sagen, ich brauche definitiv Weltkortes. Kann man nicht erklären. Das war fügbar. Ich muss ein... Ich hätte halt liebend gerne einen Job, um wenigstens meine Hilfsmittel aufzufüllen. Gut. Vor uns kann sich nichts verstecken. Wir könnten... Oh, Mann. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht unter dir. Mauern rein. Das wäre schon mal Möglichkeit 1. Ich möchte da nicht runter. So. Dann sind hoffentlich Dudes. Das wissen wir ja schon. Ich war jetzt das mal schon mal kurz hier. Ich würde fast sagen, wir gehen über die Mauer, dann hier vorne rein, holen die Truhe und dann gucken wir mal, was geht. Also das wird jetzt eh darauf hinauslaufen, dass das kein ruhiges Match läuft. Weil ohne Hilfsmittel und ohne... Ich renne hier herum wie... Weiß ich nicht. Ja gut, ja gut, ja gut, ja wow, alles einmal. Außer die Dingenskirchens. Die Fallen, aber die Fallen sind echt ganz geil. So, und meins ist tot. So, ich wollte auf diese Mauer, genau. Hier ist alles Knie. Das könnte... Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Kirchenhauses sein. Den können wir noch gerade nicht ausfindig machen. Und da war unseren Adler nicht einsetzen können. Er hat jetzt schon dieses Ding, ne, dass ich kriechen könnte, also wenn ich in der Hocke bin. Mir den Gibner gezeigt werden, das wird ziemlich nice. Das ist zwei. Jetzt. Du stirbst. Und du stirbst auch. Kriegt mein Wuppe so wieder? Danke. Da ist die Tür, da ist eine Tür. Wir müssen oben drüber. Das ist nur der eine, ja, ne? Ach, na klar. Hier kommen wir nicht lang. Das wäre ja zu einfach. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Also die müssen mich sehen. Das ist ja... Keine Nachlässigkeiten beim Wachgarten. Geht die ganze Runde bis zum Ausstetten. Da wollte ich nicht hin. Und da ist... Ich komme hier hoch, oder? Bis halt diesen Schützenmaus... Scheiße. Schieße, schalten. Mit dem Adler hier ein bisschen... Oh, ich habe gesehen, wie wir da sind. Ich sehe, wie wir da sind. So, das ist auf jeden Fall hier hoch wieder. Aber wie kriegen wir... Hier ist eine Leiter. Okay. Das war einfacher als gedacht. Bis dato. Hier, lass mal kurz passieren. Wir snacken ihn weg. Mach keinen Scheiß. Jetzt snacken wir ihn weg. Können wir den Abwurf mehr so machen. Können wir. Ich habe auch, dass er stirbt. Dafür, dass sie nur Fußgelände sind, die Klinge. So, das Problem ist halt... Wir haben da so einen Kumpel stehen. Aber wir wollen ja die... ...Kur haben. Ach, guck mal. Ich werde dich fangen. Na, komm. Gut. Dann mehr oder weniger Überraschungsangriff. Die Dolch des... ...Aber Siebenritters. Okay, keine Ahnung. Benutze ich ja wenig, ne? Da hinten ist der. Und ich kann hier nicht mit dem... Ah, Junge, als ob der so weit schießt mit seinem Dummbogen. Was ich auch mal machen wollte. Ich wollte mal gucken. Wenn wir hier so ein bisschen Spaß machen, ne? Mit denen. Klappt das? Ja, es würde klappen. Aber dadurch, dass die gepanzert sind... ...klappt das jetzt nicht ganz so, wie er hofft. Aber ich kann einen von denen dozieren. Auf jeden Fall. Ja, so was. So, der müsste ja jetzt... Ach, das geht auch vorher gehen. Hä? Ach, egal. So. Ich würde gerne den Typen töten, der... ... mir das Adlerfliegen versaut. Nach Möglichkeit, die hier oben auf der Mauer auch noch schnell. Was drehen die jetzt da durch? Ist doch quasi nichts passiert. Also, es ist einer von ihren eigenen Leuten, der da ein bisschen... ...freidreht. Wurfmesser. Wurfmesser. Das sind die Unterkünfte. Wasif's Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Ist hier noch einer? Warnen, ich glaube, zwei. Ach, da hinten sind zwei. Ach, da müssen wir erst mal die beiden wegsnicken. Ach, der hat mich gesehen. Das ist er. Ich hätte gedacht, der guckt. Ich habe gar nicht, dass du da hinguckst, ne? Also, das war doof. Aber es steht ja kein Alarm, das ist chillig. Mach mal. Gut. Ja, das war mein, vielleicht. Ich habe halt nicht geguckt, wo der hinguckt, ne? Wie passt, wenn er nach hinten guckt, dass er weg von mir, dann... Ja, ist das eigentlich recht chillig geworden. Aber gut. Was war das? So, den sollten wir eigentlich so wegkriegen, den Kunden hier. Jetzt mal. Oh, der kann uns hier keine Rassel machen. Hier waren ja auch ein paar Bräse. Der kann da ein bisschen für Unruhe sorgen und seine... Ui, Kumpels vom Moppen? Wer ist denn? Welcher ist denn? Ja, und wer macht da ja so Stress in meinem Vogel, aber ich frage jetzt nicht mehr, welche. Also, ich sehe ihn halt nicht. Hier haben wir mal einen Schlüssel. Und man weiß, wo der Schlüssel ist. Ich versuche jedenfalls wieder hier hoch, weil sonst ist doof. Danke. Was ist da hinten? Wo ist denn dieser Typ, alter? Der kann doch nicht hier irgendwie... Weiß ich nicht. Hm. Ich habe einen Wurfmesser. Das sollte ich vielleicht... Aufheben. Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, weil... Oh, Mann. So, gehen wir hier lang. Wir müssen erst mal... Ach, hier geht es nicht weiter. Okay, wow. Also, ich muss mich jetzt durchkämpfen, oder ich muss... Keine Ahnung. Oh, Gott. Das war unüberlegt, aber ist mir egal. Ich bin auch ein 4. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine Hilfe gerufen. Oha. Jetzt könnte ich denn hier rum. Oh, hör auf, hier rum zu tröten. Ich glaube, wo ist es los? Ich möchte dich, und ich möchte... Hm. Ach, nee. Was willst du denn jetzt? Den haben wir. Genau, das war ganz wichtig. Oh, mein Gott. Ja, ich bin hier im Modus. Ja, kein Problem. Mach ich das, ja. Vielleicht den großen Tiffen. Das ist jetzt so. Und nochmal. Das ist der nämlich tot. Was willst du jetzt hier? Der Kumpel ist einfach sterben mit deinem Scheiß-Bogen, oder was? Ja. Uuh. Quasi sind wir jetzt ja wieder top-secret. Quasi. Ich weiß halt immer noch nicht, wo... Der Schlüssel ist denn nicht... Ach, da ist der Schlüssel. Wir müssen auf die andere Seite kommen. Okay. Ich sage, wir gehen dafür da hoch. Und die sehen mich schon nicht. Hier geht's nicht hoch und nicht rein. Aber wir können den ja schon mal wegsnacken. Bevor der auf dumme Ideen kommt. Und tschüss. So. Wir checken nochmal kurz die Gegend. Alles klingt und bimmelt hier. Es ist nämlich hier vorne das Problem, dass diese Hardcore-Dudes hier am Start sind. Und wir keine Hilfsmittel haben. Okay. Ich vergesse das, Freunde, was ich gesagt habe. Und zwar... ...haben wir jetzt davon ja zwei. So, der wird jetzt ausrasten und seine Mates verprügeln. Ich hoffe ja, dass sie einen... ...großen umgekloppt kriegen. Aber das glaube ich nicht. So, das hat sich schon mal erledigt. Ich frage mich nur gerade, warum der da drüben noch lebt. Ich dachte eigentlich, der ist schon... ...wech. Aber die beiden, weiß ich nicht, ob ich die jetzt snacken sollte, wenn er hier wieder zurückkommt. Nein. Ich könnte... Die stehen hier echt scheiße. Ich muss die auch mal vergiften. Auch wenn ich es gar nicht will. Weil ich dadurch nämlich für keine... ...Messer... ...Pfeile habe. Jetzt kloppen die sich hier. Das ist schon mal schön. Der mischt sich da gleich mit ein. Das ist mir nicht mehr egal. Ups. Jetzt hören die. Dann kommen die da rüber. Ach du, wo kommen die denn her? Ich muss ja wahrscheinlich hier einfach quer mittig durch. Ja. Das ist quasi niemandem aufgefallen. Jetzt kann ich ja so durchrennen. Ach, hier ist auch zu. Ist ein Witz. Aber wie soll ich denn... Wie? Alter, was ist denn hier los? Ich hörte das selber. Du darfst es gar nicht wissen. Auch einen nimm ich weg. Ich brauche heute diesen... ...diesen... ...Bogenschütze für den Vogel. Das funktioniert ja alles sonst nicht. Ich muss irgendwie in die Garnison reinkommen. Aber ich weiß nicht, wie... Wie kann denn der da hinten noch leben? Der war vergiftet. Hä? Was war das? Brauch nichts. Oh, das ist auch so ein großer. Habe ich hier noch ein Wurfmesser? Oh, scheiße. Hier, der gibt es den Können, oder? Aber ich glaube, ein Wurfmesser überleben die ja. Also, das war es ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, wir haben eine Kerne raus von der Abgeschlossenen. Sehr schön. Du stirbst. Wir haben da hinten auf jeden Fall so einen Durchgang. Hi. Oh, so, ja, weil ich ja rumgelöst bin auf dem Ding. Oh, hör auf, den und Kämpfe! Okay. Das gefällt, die, die, die Sporn irgendwie, also. Und das... Natürlich. Wir müssen irgendwie noch da hinten. Dafür muss der weg. Am besten muss der Große vor allem weg. Ha, was hat man denn noch schönes? Hm, hm, hm. Wo wird denn hier hin? Das ist der eine, das hinterherkommt. Das macht die Sache nicht einfach rum. Ach so, ich dachte, der wirft jetzt nicht. So, der eigentlich kann man nicht richtig rum. Also, eigentlich. Ja, wer... Aber wo ist denn... Wer hat denn den Schlüssel für dieses Ding hier? Wo ist der Typ denn? Hm. Der muss weg, der nervt. Okay, hast recht. Hey, behehre dich nicht. Wer ist denn das mit dem Schlüssel? Der steht da hinten. Ja, ist eine Truhe. Das nehmen wir natürlich mit. Die Truhe nehmen wir auch mit. Irgendeiner, der da hinten ist. Wer ist denn das? Sag mal. Das Problem ist, ich komme da ja gar nicht hin. Wie soll ich den? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht gucken, weil... Ich kein Vogel habe. Also muss ich hier irgendwie improvisieren. Und das ist irgendwie... Oh, da steht ein Scheißer. Ich? Ich bin auch nicht hier. Das war mir doch egal. Wie komme ich von hier irgendwie nach da hinten irgendwo? Ich komme vielleicht auf die Mauer. Aber selbst das ist noch nicht safe. Das sieht nicht so aus. Also doch genau. Hey, bro. Hallo. Ich würde gerne mit dir sprechen. Bist du Alice, Mann? Ich sah die rote Scherbe. Wir müssen uns sputen. Oasif ist im Innern der Garnison. Ich kann nicht durch einen Nebeneingang bringen. Aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Der Mann war klar, dass er mich reinbringt. Habe ich vollkommen vergessen. Aber ich dachte auch, er ist noch nicht drin. Also noch nicht. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Okay. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Denkung. Versuche im Schatten zu bleiben. Er will mir gerade erklären, wie ich meine Aufgaben machen, also als Assassine, meine Aufgaben zu machen habe. Ach, er bringt mich dann da hinten rein, oder? Ach, er ist der mit dem Schlüssel. Oh, holy crap. Wir müssen warten, bis der sich umdreht. Kann ich nämlich hier drüberjumpen schnell. Hier durchlaufen. Und hier drüben hoch und bin erstmal wieder safe. Dann warten wir mal, bis er hinterherkommt. Aber ich soll da drüben bleiben. Warum? Ich bin doch schon safe. Also, ich muss hier drüben bleiben. Das ist eine Witzung, ich wäre schon längst weg gewesen. Auf was wartet er denn? Ich muss in der Nähe bleiben, wir hätten uns nicht ausmachen können, ja wir treffen uns da und da und dann ist gut. Alter ist das anstrengend. Ach jetzt muss ich wieder da rüber oder was? Wenn der sich umdreht. Also wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen und du musst selbst einen Weg finden. Jetzt muss ich jetzt irgendwie rüber kommen ohne gesehen zu werden. Ich war da eigentlich danach gelaufen, aber wer ist denn er jetzt noch? Wo drehst du dich bitte? Ach, ich komm nach und nach, ab und zu mal neue Sachen. Aber ich war gerade hier oben, weißt du, und das ging nicht, weil er zu weit weg war. Das ist ein Witz. Ich hätte mich ja hier oben sehen können oder einfach losgehen können. Ach, was ist das? Also das ist schon wieder... Also das, Freunde, ne? Hier sollten wir ja auch safe sein. Ja. Danke. So, Freunde, aber wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Und machen wir im nächsten Mal weiter, sonst wird das Video einfach zu lang. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.